Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Also klasse, Zeit für die Weihnachtsfoto. Kommt alle nach vorne und legt eure Briefe in den Weihnachtssack. Danach dürft ihr euch neben den Weihnachtsbaum stellen. Danke Klaus. Dein Outfit ist so süß. Danke Peter. Du siehst entzückend aus. Danke Lisa. Dein Kleid ist so schön. Sarah? Was hast du an? Dein Outfit ist schrecklich. Es ist dreckig und hat sogar Löcher. Ich hab doch gesagt, du sollst was Schönes tragen für die Party. Tut mir leid Herr Müller. Offensichtlich ist es dir nicht wichtig genug. Du ruinierst unser Weihnachtsfoto. Weißt du was? Am besten stehst du hinter Klaus und Peter, damit niemand dieses Outfit sieht. Danke Maria. Du siehst toll aus. Alles klar. Bevor wir beginnen, gehen wir nochmal alles durch. Klaus, von dir sind die Kekse. Gut. Und Lisa, wie ich sehe, hast du die Pizza mitgebracht. Perfekt. Und Peter, du hast den Kuchen mitgebracht. Sehr gut. Sarah, du solltest die Chips mitbringen. Ich sehe hier keine Chips. Nun, ich konnte leider nichts mitbringen. Was meinst du damit? Wir haben wochenlang dieses Essen geplant. Ich weiß. Der Grund ist. Wir wissen alle, was der Grund ist. Du hast es vergessen. Ich bin so enttäuscht von dir. Jetzt gibt es für niemanden auf dieser Party Chips. Es tut mir leid Herr Müller. Weil du nichts beigesteuert hast, musst du die Letzte in der Schlange sein. Okay, Herr Müller. Und jetzt ist es Zeit für Weihnachtsgeschenke. Jeder von euch kommt nach vorne und nimmt ein Geschenk. Wow, Schneemann. Wie süß. Ich liebe ihn. Der ist von mir. Danke, Klaus. Vielen Dank für das Geschenk. Wow, Klaus. Tolles Geschenk. Maria, du bist die Zweite. Ich verstehe nicht. Wo ist das Geschenk? Es ist nur Papier, auf dem »Frohe Weihnachten« geschrieben steht. Oh, da ist wohl was schief gegangen. Von wem ist das? Sarah? Ist das von dir? Ja, der Brief ist das Geschenk. Selbst geschrieben. Das ist kein Geschenk. Das ist ein nutzloses Stück Papier. Du solltest doch 20 Dollar ausgeben. Ich habe es versucht. Versucht? Du hast gar nichts versucht. Erst kreuzt du in dem Pulli auf. Dann bringst du kein Essen zur Party. Und jetzt hast du nicht mal ein Geschenk. Das ist inakzeptabel. Das wollte ich wirklich. Aber wissen Sie. Ich will nichts hören. Hier, behalte das. Ich möchte nicht, dass jemand anders das bekommt. Maria, such dir ein neues Geschenk Liebes. Am Ende des Tages. Guten Abend, Herr Müller. Wie war die Party? Guten Abend, Herr Hoffmann. Alles war okay. Aber ich habe diese eine Schülerin, Sarah. Sie hat absolut gar nichts zur Party beigesteuert. Es war ihr wohl komplett egal. Oh, vielleicht ist es etwas anderes. Ich meine, du weißt nie, was jemand anderes durchmacht. Hast du sie gefragt, warum sie nichts zur Party beigesteuert hat? Ehrlich gesagt, wollte sie es mir erklären, aber ich unterbrach sie. Es ist also möglich, dass sie gerade schlechte Umstände durchmacht. Es wäre gut, wenn du sie morgen fragen würdest. Okay, ich werde das machen. Danke für den Ratschlag. Na ja, ich muss jetzt gehen. Bis morgen. Was ist dieser Brief? Es scheint, dass einer der Schüler diesen Brief vergessen hat. Lieber Santa. Mein Name ist Sarah. Ich bitte dich selten um viel, aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Weißt du? Meine Mama hat vor ein paar Monaten ihren Job verloren. Seit Papa nicht mehr da ist, war es schwer für uns alle Rechnungen zu zahlen. Wir kommen kaum über die Runden. Heute sollte ich ein schönes Outfit für unsere Weihnachtsparty tragen. Aber ich habe nur noch alte Sachen. Mama sagt, wir können uns keine neuen leisten. Kannst du mir bitte neue ohne Löcher bringen? Das würde mich sehr freuen. Ich sollte auch Essen für die Party mitbringen. Aber wir haben kaum genug Essen zu Hause. Mama sagt, wir haben nicht genug Geld Lebensmittel zu kaufen. Also wenn du uns bitte etwas extra Essen bringen würdest, das wäre sehr lieb. Und noch eine Sache. Wenn ich nicht zu viel verlangt ist, soll ich ein Weihnachtsgeschenk für einen Mitschüler mitbringen. Aber Mama hat gar kein Geld. Da ich kein Geschenk habe, kannst du etwas dafür bringen? Das würde mir so viel bedeuten. Verstehst du? Meine Mama und ich haben es gerade sehr schwer. Tut mir leid, dass ich so viel verlange. Aber ich möchte wirklich alles tun, worum Herr Müller mich gebeten hat. Es tut mir so leid, dass du keine Geschenke bekommen hast dieses Jahr. Es ist okay, Mama. Kein Problem. Hi. Ist Sarah da? Ich bin ihr Lehrer. Herr Müller, was machen Sie hier? Nun, ich wollte ein paar Pakete bringen. Sieht aus, als kommen die vom Santa. Wirklich? Ja. Wow. Das ist sehr schön. Hier. Nimm sie. Los. Machen wir sie auf. Bitte. Kommen Sie rein. Na los. Mach sie auf. Wow. Neue Klamotten? Die habe ich mir gewünscht. Ich liebe sie. Wow. So viel Essen. Jetzt gibt es für die ganze Klasse genug Chips. Oh. Ein Teddybär. Den kann ich jemanden aus der Klasse schenken. Eigentlich Schätzchens, ist das alles für dich. Für mich? Aber ich habe Santa um ein Geschenk für jemanden aus der Klasse gebeten, nicht für mich. Ich fühle mich so schlecht. Ich habe die Party ruiniert, weil ich nichts mitgebracht habe. Es tut mir so leid, Herr Müller. Hey, nein. Du hast gar nichts ruiniert. Eigentlich muss ich mich entschuldigen. Ich hätte nicht wütend auf dich werden sollen auf der Party heute. Jetzt ist mir klar, dass man niemals weiß, was der andere durchmacht. Kannst du mir vergeben? Natürlich verzeihe ich Ihnen, Herr Müller. Okay. Aber Santa hat mir persönlich gesagt, dass all das nur für dich ist. Wirklich? Wow. Ich bin so glücklich. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich.